Wird die Altersrente meines Ehegatten oder Partners auf meine Altersrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Hier ein Thema zur Rubrik Rentenirrtum. Wird die Altersrente meines Ehepartners, meines Ehegatten auf meine Altersrente angerechnet? Und da hilft letzten Endes ein Blick in das Gesetz. In § 34 SGB VI steht geschrieben, dass Hinzuverdienst zur eigenen Altersrente angerechnet wird. Und Hinzuverdienst ist Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und vergleichbare Einkommen. Und darunter zählt keineswegs ein Renteneinkommen Ihres Ehepartners oder Partners aus einer gleichgeschlechtlichen, gleichgestellten Lebenspartnerschaft. Das heißt also, auf Ihre eigene Altersrente werden niemals andere Altersrenten Ihres Ehepartners oder vielleicht vergleichbare Einkommen angerechnet, sondern wenn überhaupt nur eigenes Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen aus einer selbstständigen Tätigkeit. Bitte nicht vergessen, ab dem Jahr 2023 würde eine solche Frage schon gar nicht mehr greifen, weil wir nämlich dann den kompletten Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten haben werden. Da wird kein Hinzuverdienst mehr auf eine vorgezogene Altersrente angerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen die Getschenk corpses und Heine auf die Sendung services. Wir visto Ihnen die Getschenk Vielen Dank.